Röhrten jetzt zum 20. Mal die Motoren. Der ADAC Bielefeld veranstaltete dort einen Wertungslauf zur internationalen deutschen Bergmeisterschaft. Die Teilnehmer kamen aus allen Gebieten der Bundesrepublik und aus dem Ausland. Auch dieser Teilnehmer des 20. Weserbergpreises kam nicht aus New York. Denn alle Fahrer waren aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland zum Bergrennen gekommen. Rund 150 Teams hatten für diesen Lauf zur internationalen deutschen Bergmeisterschaft gemeldet. Weil das Teilnehmerfeld vom Serienfahrzeug bis zum 300 PS starken Formel 2 Boliden reichte, wurde es in 30 Wertungsgassen eingeteilt. Bevor aber die Strecke in forciertem Fahrstil unter die Räder genommen werden konnte, wurden die Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen im Pulk zum Start gebracht. Und das ist der Streckenverlauf, den sich die Fahrer für die drei Wertungsläufe genau einträgen mussten. Auf 3,4 Kilometer Länge sollten 190 Höhenmeter möglichst schnell überwunden werden. Dabei wurden auf den geraden Spitzengeschwindigkeiten bis zu 220 Kilometer pro Stunde erreicht. Doch die zwölf Kurven des Kurses bildeten natürliche Schikanen, die teilweise im ersten Gang durchfahren werden mussten. Und nicht jeder Fahrer meisterte die gestellten Aufgaben so gut wie dieser. Während der Pilot des Wagens mit der Startnummer 202 die Kurve mehr schlecht als Recht durchfuhr, reichte es beim nächsten nicht mehr. Aus der Träume vom Klassensieg. Die Sicherheit wurde bei diesem Rennen großgeschrieben und bei jeder Störung, wie etwa einem solchen Dreher, hielten die Sicherheitsposten das Rennen sofort an. Die Sicherheitsstaffel kontrollierte sofort, ob durch solche Ausrutscher, Schäden an der Strecke oder den Absicherungen entstanden waren. Aus der Traum für diesen Pechvogel. Aber der durch ihn zwangsgestoppte Fahrer konnte dann erneut beweisen, dass er sein Metier versteht. Ja, diesmal hat er es also gepackt, ein recht guter Start für dieses Fahrzeug. Während die Tourenwagen der Gruppe H um Sieg und Punkte kämpften, warteten die Formelpiloten im Fahrerlager auf ihren nächsten Einsatz. Fahrer und Fahrzeuge dieser Klassen waren die Stars der Veranstaltung. Rund 300 PS bei der Formel 2 und bis zu 175 PS bei der Formel 3 sorgten für Zeiten um 1 Minute und 20 Sekunden für die 3,4 Kilometer lange Strecke. Nach dem dritten Lauf der Formel-Fahrzeuge stand auch der diesjährige Gesamtsieger fest. Peter Stürz auf Tempo March siegte mit einer Gruppe. Wer sich hier auf die Reise begeben hat, er nimmt jetzt die 3,4 Kilometer unter die Räder. Räder Ehring-Horstegg auf.